Wächterbästchen Mythra? Äh... Ja, ja, ich will... Frag mich du wie. Uncle! Ja, ist mir egal. Ähm, wir haben keine Schocks gegen das Vieh. Wie sollen wir denn angreifen? Zerstört Kreis. Okay, hier. Ich zerstöre den Kreis. Heilung. Ja, das ist mir klar. Ich weiß auch nicht, wie wir die Beste erreichen. Okay, und, okay. Ja, ich bin unterwegs. Aua! Verdammt, also das Vieh ist ja viel zu stark. Also keine Chance, keine Chance. Ähm. Wirklich, keine Schocks. Das macht viel zu wenig Schaden, alles. Graf Arganan wird wahrscheinlich sterben. Aber... Äh... Danke. Ähm... Beschleunigen. Mach du weiter. Eichsturm bitte auf das Vieh. Äh, bitte macht mir die Barriere. Ich brauch die. Obwohl, du magst Genesung, bitte. Nein, Sales soll nicht going down, bitte. Ich brauch eine Heilbarriere. Äh... Trotzdem, das ist echt gefährlich. Okay, hier. Feuerkreis zu stören. So, Abwehrbruch mach ich gleich. So. Jetzt hier Feuerkreis aktivieren. Kann das hier bitte runterkommen? Okay, los geht's. Let's go, Evoli. Obwohl, es geht schon, also... Kampf ist nicht unmöglich, zumindest. So. Ja, es geht schon irgendwie. Es ist gerade jetzt ein Durcheinander des Todes, aber... Wir haben die Hälfte. Wir haben die Hälfte anscheinend. The fuck passiert hier gerade? Das ist ein wirklich großes Durcheinander. Dam, dam, dam. Zumindest haben wir die Hälfte. Glatteis bringt uns leider nicht so viel, aber... Ist schon okay. Okay, das heißt erstmal, wieder überleben. Ein bisschen überleben ist gut. Er greift mich an. Äh, genau. Kommt das Vieh jetzt wieder runter? Oder nicht? Puh. Ich heim mich mal. Äh, hi. Ah. Puh. Kann das hier bitte wieder runterkommen? Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Kann, okay, könnte jetzt alle schon ausrasten. Okay. Das ist gut, dann warte ich noch, bis das Ding wieder runterkommt. Autsch. Äh, High-Kreis. Okay, es kommt runtergestürzt. Also vielleicht runtergestürzt. Wäre schön, wenn es runtergestürzt kommen würde. Hi. Hi. Ähm, nein, 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 nein. Ist schon okay. Schon okay. Nein, lass mich in Ruhe. Kommt das Vieh jetzt endlich mal runter, oder nicht? Also ich sehe langsam, dass da kein Bock ist. Also, das ist schon okay. Das soll ja wirklich nicht kommen, oder? Okay, es hat wirklich keinen Bock. Äh, was mache ich denn da? Ja, ist okay. Hä, was mache ich denn in der Phase? Okay, warte mal. Das ist an sich okay. Ähm. Ich mache einfach das. Dann machst du Schattenstich bitte auf das Vieh hier. Gletscher müsste eigentlich auch auf das Vieh gehen, weil es alles Magie ist. Du machst Leuchten bitte. Meteor. Und Wiederbelebung machst du, falls irgendjemand gleich sterben sollte. Okay. Ich hoffe, das reicht auch vom Leben her. Dam, dam. Abwehrbruch. So, und Lawel braucht man wieder ein bisschen Zeit. Das ist vollkommen okay. Ja, aber ja, trotzdem noch viele Leben. Wann kommt das Vieh dann wieder runter? Ich verstehe es nicht. Die ganze Zeit kam es doch runter. Wieso kommt es jetzt nicht mehr runter? Äh. Puh. Danke. Äh. Schon okay. Ich brauche nur eine Heilung. Und jetzt zurück. 6.000, natürlich. Wie gesagt, ich verstehe gerade nicht, warum es nicht mehr runterkommen will. Ich beschleunige mal. Du stärkst dich, beides wegen. Hier, verborgene Barriere, bitte. Inferno. Eigentlich brauchen wir eine Heilerin, zumindest. Weiter geht's. Vielleicht kommt das mit Beschleunigen runter. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es auch so runter. Keine Ahnung. Wäre schön, wenn mal, wenn das Vieh wieder runterkommen würde, zu mir. Oh nein. Kommt, alle aufstehen. Ah. Zurückschleudern. Okay. Interessant. Okay, jetzt töten, töten, töten. Los. Kraftschlag. Schattenstich, bitte. Eichsturm, bitte. Leuchten, bitte. Inferno, bitte. Und du heilst. Eines hat es zu heilen. Du heil weiter. Let's go, Evoli. Das war nicht so viel Schaden, leider. Was macht das Vieh denn da bitte auf dem Boden? Das war nicht schön. Los. Wir müssen es töten. Okay, einfach wieder abwehren. Okay, let's go. Ja, gut, okay. Da kann man nichts machen. Okay. Ich muss die andere Attacke abwarten, wo man abwehren kann. Hey, here it goes. Warten, warten, warten. Kann man nichts machen. Steh auf, Sale. Steh auf. Okay. Verdammt. Ey, ich weiß echt nicht, was ich da echt viel machen kann. Das ist echt ein harter Kampf. Okay, Siren ist tot. Also wirklich tot, tot. Autsch. So. Sehr gut. Ähm, ich muss mal heilen hier. Okay. Ähm, beschleunigen. Gletscher, bitte. Bitte verborgene Barriere. Meteor. Meteor vor allem. Ähm, wiederbeleben. Let's go, Evoli. So, wir müssen echt ausrasten. Ja, Erik, das ist, ähm, so geil. Ja, ich weiß. Jetzt gletschert er auch noch. Das Vieh ist zumindest fast tot. Das ist eigentlich nicht schlecht. Siren hat wieder Leben. So, jetzt kannst du wieder abwehren. So, ich sage auch, glaube ich, am besten nochmal, dass, ähm, die Magier gerade alle angreifen sollen, außer Mirania. Du machst weiter Genesung, bitte. Ja, dass die Ranch stirbt, war klar. Ist egal. Das Vieh soll sich sowieso auf mich fokussieren. Oh, schon tot? Puh. Gut, immerhin. Ja, okay. Ich finde, wenn du was noch immer interessiert hast, du musst dann erst herausfinden, wie sie wirklich funktionieren. Denn du kannst wirklich kaum Schaden machen sonst. Und ich dachte wirklich, der Kampf wäre echt schwer, aber es geht eigentlich. Du musst halt nur wissen, wie er funktioniert. Wie jeder andere Boss auch. Ja. Der Graf ist selber schuld, dass das alles passiert. Excellent. Excellent. Okay. Achso, die Kanone aktiviert sich jetzt. Okay. 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 Ja, ich rede auch so. Also wirklich so mit... Was? Also die Lippen sind groß perfekt. Ich rede auch die ganze Zeit nur so. Ich bewege meine Lippen überhaupt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, so rede ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Okay. 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 Ja, er ist Psycho, okay. Es ist okay. Ja, jetzt kommt der Moment, wo er eingesogen wird oder von der Macht besessen wird und was weiß ich. Hä? Okay, er verreckt jetzt, oder? Oder wird selber ein Teil des Fremden, wahrscheinlich. Ja, das ist passiert mit allen, die Macht wollen und so. Okay. Oh oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Immerhin ist die Kanule zerstört, also das ist ja nicht schlecht für uns. Wir wollten uns ja sowieso zerstören. Bedanken wir uns doch einfach bei den Gluraks, dass die unsere Kanule zerstört haben. Haben wir weniger Arbeit. Mehr oder weniger. Weniger Arbeit. Ja, das ist super. Ja, das ist super. Ja, aber die Glurak können das dann ja auch nicht benutzen, weil es ist weg. Okay, das ist... Okay, tschüss, Graf Arganon. War schön, sie gekannt zu haben. Sie waren ein sehr stolzer Kerl und sehr toll. Ich habe sie geliebt. Sehr geliebt. Ich habe keine Beleidigungen geäußert. Nein, überhaupt keine Beleidigungen. Es war so, als ob Lazarus Island sich selbst hell geworden ist. Er ist so cool, er ist toll. Ey, wir müssen dir unbedingt helfen. Kapitel 35, Last-Sulis-Hafen. Okay, let's go, Evoli. Ein Ambush? Wo am Busch? Am Busch ist ein Ambush. Ich bin witzig. Hier, nimm das. Das ist ein bisschen vieler und ich bin gelähmt. Aua. Das geht schnell. Kann er helfen mal? Stürmen. Auf den Halkreis. Schattenstich bitte auf den hier. Inferno kannst du auf den anderen hier. Let's go, Evoli. Perfekt. Töte ich die gerade. Das gibt viele Erfahrungspunkte, oder? So, wo haben wir den Typen? Hier. Auf dem Schiff? Oh je. Naja, wir müssen jetzt einfach töten. Yurik, nein, die sterben. Ja, ich hoffe es. Ja. Auch du in einer Reihe. Ja, ich mobbe dich. Ja, die Säcke, schön. Ein Verräter. Wir können. Wir können sie verraten. Wir können sie verraten. Hm. Es könnte einen Verräter geben. Wo ist Dekrin eigentlich? Wo ist das? Es tut mir leid, ich verdächtige Dekrin leider schon die ganze Zeit. Also, ich wäre glücklich, wenn er es nicht ist. Aber, keine Ahnung. Für mich war Dekrin immer der Verräter. Keine Ahnung. Immer so derjenige, der vielleicht die Gruppe irgendwann verraten wird. Ähm. Ich sollte dich vielleicht heilen. Scheiße, ich darf nur noch zweimal sterben. Hier aufstehen, bitte. Wo sind die anderen? Hier. Verdammt. Ich wurde schon wieder gelähmt. Okay. Äh. Ey, scheiße. Hör auf. Okay. Äh. Ich muss mich erholen. Meteor. Bitte auf den da. Und du musst unbedingt Wiederbelebung einsetzen. Jurek, hörst du total aus. So. Okay, es war schon. Gut. Puh. Ja, dann. Weiter. Wie geht's weiter? Ja, es war klar. Die haben ja gewonnen. Also natürlich kommen sie alle auf uns zu. Geh. Wir können es trotzdem machen. Was wollen wir probieren eigentlich? Was versuchen wir denn? Various. Das kannst du vergessen bei denen. Das ist der Knight. Das ist Seil. Ja. Das ist Seil. Ja. Du bist ein Ritter. Er hat Charakterentwicklung. Er hat Charakterentwicklung. Das ist der beste Knight ever. Das ist geil. Er ist toll. Er ist toll. Ich liebe ihn. Er hat Charakterentwicklung gezeigt. Innerhalb von fünf Sekunden. Ich liebe ihn. Ja. Wuhu. Mein Mann. Mein Mann. Mein Hass Bando. Oh. Nein. Nein. Mein Hass Bando ist gestorben. Nein. Ritter. Hallo Würm. Äh. Hi. Ja. Scheiße. Kann man nichts machen. Verreckt doch einfach. Verreckt. Das Spiel bräuchte einen Guraktöter und nicht einen Spinnentöter. Spinnentöter bringen wir jetzt auch nicht zu dieser Situation. Ach. Explosionspfeile. Okay. Ich kümmere mich vielleicht auch mal um den da. Es sind echt zu viele Würms. Oder? Ja. Ich stürme nach vorne. Hier. Einer ist schon tot. Kann das sein? Verreckt. Scheiße. Egal. Ähm. Hier. Dich töt ich. So. Du bist tot. Yes. So. Wo ist der Nächste? Dann töt ich dich als nächstes. Ja. Wo ist der andere? Bist du es? Autsch. Autsch. Wo ist der andere? Ähm. Ich bräuchte mal einen Heilkreis schnell. Okay. Wo ist der? Ah. Du bist es. Ich hoffe du verreckst schön. Verreck. Verreck. Alles dank unserem geilen Ritter. Er ist wirklich mein Hassband. Er ist wirklich toll. Es war sehr gut. Okay. Ähm. Speichern. Bitte. Wir sind Level 44. Amen. Bye. 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 Bye.